Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch nicht klar, er kennt ja. Nee, ist ja nicht. Ich glaube, es ist wirklich schwierig, einen Flyer zu schaffen, der alle anspricht. Und ja, der Michel ist schon ein Arzt. Ich glaube, das ist aber eher was für die Älteren, die kennen das noch. Die wissen, was damit gemeint ist. Ich bin Katharina Mose und stehe heute hier am Wahlkampfstand oder Infostand der Alternative für Deutschland. Ich bin Mitglied seit April und bin beigetreten, weil ich zum einen die Euro-Rettungsmaßnahmen in dieser Form überhaupt nicht gut finde und eben der Ansicht auch bin, dass wir die Zukunft unserer Kinder verkaufen und zum anderen auch möchte, dass die Bürger wieder mehr zusammenbleiben sind. Wir treten für mehr Demokratie ein, mehr direkte Demokratie, möchten alle einbinden in den politischen Diskurs und deswegen bin ich dabei. Vielen Dank. Das ist natürlich auch katholisch. Das wird man sehen. Wenn ich zum Beispiel...